Ein Jahr voller Adrenalin und Höhepunkt, der sportliche Jahresrückblick 2023, vom spannenden Pferdewettkampf beim AWA Championship in Ampferwang, über actiongeladene Stockerrennen bis hin zu entspannten Golfrunden. Die vielfältige Welt des Sports, ein Jahr voller bewegende Momente. Das vergangene Jahr war vollgepackt mit atemberaubenden Wettkämpfen und sportlichen Höhepunkten, die uns gleichermaßen fasziniert haben. Angefangen bei einem mitreisenden Pferdewettkampf beim AWA Championship in Ampferwang. Dort zeigten Pferd und Reiter in der faszinierenden Welt des Westernreitens ihr Können und sorgten für Spannung pur. Aber das war noch nicht alles. Wir waren hautnah dabei, als entschwand im Innkreis und in Nussdorf die Motoren röhrten und die Autos beim Stockerrennen nur so über die Strecken putzelten. Musik 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 Ein Adrenalinkick der Extraklasse, der die Zuschauer in den Bahnzug und die Fahrer an ihre Grenzen brachte. Doch nicht nur actionreiche Motorsport-Events standen auf dem Programm. Auch beim Golfen wurden die Golfschläger geschwungen und der grüne Rasen unsicher gemacht. Ein Jahr voller sportlicher Vielfalt, das uns die verschiedensten Facetten des Sports näher gebracht hat. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020